Weißt du, Sophie? Schreib's in die Kommentare! Schreib's in die Kommentare! Schreib's in die Kommentare! Die gucken richtig rein! Dein Arschloch! Zoom! Zoom! Mach mal herz und dein Arschloch! Du hast zu unserem Gig ein paar Schläger bestellt Die verlieren in der Crowd ihre Zähne durchstellen Und liegen dann beim Sanitäter im Zelt Das ist TP4L, Bitch, TP4L! Scheiße! Leute, wir haben nichts zu tun! Und du weißt nicht, ob du wittst oder ansonsten Dann wachst du, wenn du schon wieder fachst Dann wachst du, wenn du schon wieder fachst Dann wachst du, wenn du schon wieder fachst Du sitzt da, wenn du auch wachst Ich hab's nicht geguckt, Leute Alter Lass dich nicht hauen! Lass dich nicht mal hauen! Lass dich nicht mal hauen! Ey, ihr habt ein Bein! Rechensüchtiger! Schlinkpflanzen! Schlinkpflanzen! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ich hab' ja gerade noch brechen, Leute! Ich hab' ja gerade noch brechen! Musik Guck mal, wir haben nochmal umgerollt Alter Sick Wir kommen bei Ikea Wir haben unser neues Album selbst erst 2 mal gehört Wir sind auch sehr skeptisch bei diesem neuen Album Denn es ist auch sehr topig geworden Muss man doch schon sagen Okay, Achtung Geht los Schön Steinmetz Steinmetz Ich bin Marvel Fan Das heißt, ich habe gefährliches Heilgewissen Steinmetz Was richtig cool ist Du kannst dir seinen eigenen Arschloch angucken Baby, ja Das ist eine gute Arbeitsatmosphäre Das ist für den mediterranen Stil Das ist ein bisschen mehr Oh, hier Michael Jordan Trikot Jersey Bursey Das ist Tony Kukocz Die sieben Michael Jordan Jordan Ich hab dich überzeugt Ich hab dich überzeugt Ich hab dich überzeugt Jetzt hab dich überzeugt Alter Immer diese Panik Was ist das? Chips Wir verzeilen den Stoff Und wir wollen den Sieg Jetzt auf den Kopf Keine Ahnung War gut? Sah gut aus, oder? Für Tourauftakt? Für Tourauftakt kann man nicht meckern Aber das nächste Mal müsst ihr sagen, was ich treffen muss Und ich werde es auf jeden Fall treffen Stimmt ab, schreibt es in die Kommis Vielleicht sollte auf Youtube nicht mal ein Schwanz zu sehen Ne, aber der strahlt Aber die Palmen müssen auch gedüngt werden, Digga Das ist der Ordner Beziehungsweise das ist kein richtiger Ordner Der ist nur ein Hefter Ein Heft? Sicherheitshalber Warte, Männer muss man so rausgerollt werden Pass auf, dass die Hefter uns nicht sehen Warte, schieb dich an Oh, ich glaube, das bricht Schieb dich an, ist nicht schlimm Scherben bringen Glück Schüssig auf gar keinen Fall Scherben Morgen überholt dich her Be manufacturers Irgendwie ist gibt es irgendeinen Typ bei Trailerparks der jede Tour gegen irgendwas kaputt macht Ich weiß nicht, wer das ist. Ja! Sieben Jahrhunderspisch! Bei noch schulisch! Ab nach Wetzlar! Leute, stimmt ab in den Kommis! Ob das gut aussieht? Puh. Kannst du aufhören mich zu filmen? Ich bin privat hier. Okay. Tour auf Takt, äh... Hamburg? Hält nicht normale Menschen! Hält nicht normale Menschen! Aber der Song heißt nicht so, oder? Schreibst du in die Kommis, wie der Song heißt? Achso, hier, guck mal. Das war gut. Alles echt. Echt Holz. Nein, nein, nein. Skid, die fängst du? Warte, warte, warte. Ich wollte noch ein bisschen... Würzen? Was fängst du doch nicht, Alter? Wie soll ich den Zahn nicht machen? Ich will das vermessen. Ich bin ja weit wurscht. Ich kriege den am Kopf, ey! Alter! Alles daneben! Ja, na klar! Alles daneben! Es ist ja nur... Die Kunst ist es, oberflächlich zu düngen, dass man nicht unbedingt jetzt den Topf trifft, sondern auch viel Wand. Und besonders für... Besonders die Steckdosen sind offen. Und wie findest du das so hier auf der Erde spontan jetzt? War was? War was? Gewesen? Ich bin so alleine gerade. Achso, oh. Ich bin so alleine. Tja, jetzt ist er weg. Er hat sich getan. Ich schleiche mich an, ich bin ein Raubtier. Hast du mich gesehen hinter dem Baum? Hast du mich gesehen hinter dem Baum? Hat man mich gesehen hinter dem Baum? Nee, ich hab dich nicht gesehen. Ich mache Tart! Lecker! Es regnet Gold! Ich hab keinen Schnaps bekommen. Du? Hast du was dabei? In deinen Taschen? Nee. Elzu! Kurz, äh... Introducen. Was ist das? Kurz, ähm... Bedienungsanleitung. Nicht im Kühlschrank. Genau, dieser... Konja hat im Kühlschrank nichts verloren. Ja, zum Gegenteil, den macht man eher warm. Nee, Bruder. Mach mal. Ich kann gut trinken, aber nicht essen. Kannst du gut trinken? Ich kann gut trinken. Du kannst... Gestern hast du auf jeden Fall gut getrunken. Ja. Wie viel... Wie viele Sterne kriege ich? Naja. Stern über Sterne unterhalten wir uns am Ende der Tunde. Okay. Danke dir. Bitteschön. Okay. Du Mixer. Zehnt richtig. Mensch Mast, ich wollte währenddessen mal so ein bisschen paar Sachen mit dir besprechen. Ja, was ist denn? Äh, wo gehen wir denn jetzt hin, wenn du abgeschüttet hast? Ich muss... Ja. Alter! 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 Hitz raus! Mario! Alter! Hitz raus! Hitz raus! Vielen Dank.